In Japan bestimmt schon der Renner. Aber ich versuche trotzdem noch vorzugehen. Es nehmen Aufstellung in der zweiten Division Show-Wettweber, der Freie am Fahrtzug Neubrandenburg-Stadt 1980 e.V. Die Mitglieder des Fahrtugs auf mehr als 30 Jahre blicken Sie auf abwechslungsreiches Vereinsleben zurück. Unzählige Auftritte, Vereinsfahrten, Freizeitcamps und viele Stunden der gemeinsamen Freizeitgestaltung zählen dazu. Jetzt geben Sie in der zweiten Division in Show-Wettweber, der Freie am Fahrtzug Neubrandenburg-Stadt 1980 e.V. Viel Erfolg und Unterhaltung. 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 Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.